Wir haben biblische Gemeindestruktur. Bei uns gibt es keine Frauen in Leitung und Moderation. Und das ist eigentlich so eine eindeutige Sache, ich weiß nicht, warum ich das überhaupt ansprechen muss. Aber das Problem ist eben, dass es in diesen Freikirchen keine biblische Gemeindestruktur gibt. Viele von ihnen haben noch nicht mal einen richtigen Pastor, der qualifiziert ist. Und sie haben dann Frauen in Leitung und Moderation. Und ich bin wirklich in eine Baptistengemeinde in meiner Heimelstadt gegangen. Wollte ich mir die einfach mal angucken. Und wie beginnt der Gottesdienst mit einer Frau, die den Gottesdienst moderiert? Nun, das ist keine biblische Gemeindestruktur. Und ich denke mir, wenn eine Gemeinde so etwas super einfaches, super eindeutiges, wenn sie noch nicht mal das auf die Reihe kriegt, was läuft dann noch alles anders falsch in der Gemeinde? Wenn sie noch nicht mal das einfachste auf die Reihe kriegt, einfach eine biblische Gemeindestruktur, was läuft dann noch falsch? Ich meine, die Bibel ist eindeutig, eure Frauen sollen schweigen in den Gemeinden, denn es ist ihnen nicht gestattet zu reden. Die Bibel ist super eindeutig, dass Frauen in der Gemeinde nicht das Sagen haben. Sie haben nicht in Leitungspositionen zu sein. Sie haben nicht zu reden in der Gemeinde. Die Bibel sagt eindeutig, sie sollen sich still verhalten. Aber wie kannst du sowas sagen? Weißt du was, wenn du ein Problem damit hast, dann hast du ein Problem mit der Bibel. Und das Unfassbare ist, dass in diesen Denominationen über solche Fragen, über zentrale Fragen, wie eine Gemeinde strukturiert sein soll, abgestimmt wird. Ich habe mich vorbereitet auf diese Folge, als ich habe nachgelesen, dass zum Beispiel der FEG-Bund dafür abgestimmt hat, dass Frauen ordiniert werden dürfen. Aber erkläre mir bitte, wie die Bibel sagen kann, dass der Pastor Mann einer Frau sein soll, wenn auch Frauen ordiniert werden können. Die Bibel sagt Mann einer Frau, nicht Frau eines Mannes oder Frau einer Frau, denn wir leben ja in komischen Zeiten. Nein, nein, die Bibel sagt Mann einer Frau. Aber diese Flachpfeifen hier, die stimmen darüber ab, obwohl die Bibel eindeutig ist,